Leute, ey, ich muss mir glaube ich wirklich mal die Mühe machen, ich bin ein bisschen heiser, weil ich hier so rumgeschrien habe im Stream. Ich muss mir glaube ich wirklich mal die Mühe machen und mal raussuchen in den letzten fünf Jahren, wie oft hat Hertha in der Nachspielzeit noch ein entscheidendes, wohlgemerkt Gegentor bekommen, weil sie mauern wollten und wie oft hat Hertha in der Nachspielzeit mal ein Tor geschossen, ein entscheidendes. Keine Ahnung, ob das der sogenannte Filter ist, den es ja immer gibt, aber das ist doch nicht mehr normal. Es gibt vier Minuten Nachspielzeit, wir kriegen in der 94. das 1-1, was ja nicht unverdient ist, das will ich gar nicht sagen an alle Mainzer, aber es ist doch einfach nur noch lächerlich. Es ist wirklich lächerlich. Kommen wir hier zur Spielanalyse, es kotzt mich an. Ich meine am Ende, ja, wir stehen jetzt in der Tabelle auf Platz 12, müssen wir abwarten den Spieltag, wo wir dann am Ende stehen werden. Wir haben sechs Punkte nach sieben Spielen, das ist jetzt kein schlechtes Ergebnis, Mainz ist keine schlechte Mannschaft. Es ist klar, dass es in Mainz schwer wird, das ist dieser Spielstil, der uns nicht liegt. Das ist für viele Mannschaften schwer in Mainz. Wie oft ist Bayern und Dortmund da schon gestolpert? Mainz an sich dieses Jahr heim überhaupt nicht stark. Das war natürlich das erste Tor, was sie dieses Jahr zu Hause erzielt haben gegen uns in der 94. Minute, aber Mainz trotzdem auf Platz sechs mit elf Punkten, kann man ja alles nichts gegen sagen. Aber die Art und Weise wieder, dass wir in der zweiten Halbzeit uns überhaupt nichts mehr nach vorne einfallen lassen und dann nur noch mauern. Und man hatte doch, jeder Hertha-Fan hatte doch schon im Hinterkopf, dass wenn du ab der 80. Minute auch noch so wechselst, dass du nur noch mauerst, das geht doch bei Hertha immer nach hinten los. Ey, es geht doch immer nach hinten los. Wieso macht man sowas? Und ich will es auch nicht an einem Spieler festmachen, das wäre auch unfair und Quatsch, aber dann gefühlt immer, wenn wir da Rieder einwechseln und nur noch mauern, es geht doch immer nach hinten los. Leute, was machen wir uns denn da vor? Am Ende, ich war letztes Spiel zufrieden mit dem Unentschieden, auch vor dem Spiel hätte ich mit dem Unentschieden in Mainz wahrscheinlich leben können, aber das war einfach eine Nichtleistung. Und es war auch einfach absolut verdient von Mainz am Ende, dass sie den Ausgleich gemacht haben. Es ist einfach nur, wisst ihr, wenn wir das 1-1 irgendwie in der 70. kriegen und dann nichts mehr hinkriegen, dann ist es so, aber es ist doch einfach nur noch zum Kotzen. Es ist doch einfach wirklich nur noch zum Kotzen. Der Schiedsrichter war absolute Note 6, muss man ganz ehrlich sagen, können da gleich nochmal über seine Situation sprechen, aber es war einfach nur gruselig. Tja, Spiel hat angefangen und komm, wir machen jetzt erstmal eine Spielanalyse, eine kleine und dann machen wir die Spieldaten, so Fakten, Zahlen, Daten, Fakten, ZDF. Und dann gibt es natürlich wie immer meine Spielernoten hier in Zusammenfassung. Morgen sind wir ab 15 Uhr live, ich denke mal, ich werde neun Stunden oder so live sein, wird eine Selbsthilfegruppe. Wir gucken zusammen den Bundesligaspieltag, vor allem gucke ich morgen Bremen, aber auch Konferenz und dann das Topspiel. Danach machen wir vielleicht noch einen Reaction-Stream, danach vielleicht noch einen Kollegah-Stream, also wird ein richtig langer Stream, kommt gerne rein. Wenn ihr dann frustlos werden wollt, gerade jetzt vor der Länderspielpause, wäre es natürlich endlich mal ein dreckiger Sieg gewesen, wo man gesagt hätte, ey, das 1-0 ist vielleicht unverdient und nicht schön, aber so ein Spiel musst du mal 1-0 gewinnen. Ja, musst du, aber machen wir halt nicht. Wir gewinnen nie diese dreckigen Spiele, wir kriegen immer noch das Gegentor oder verlieren sogar noch. Es ist immer so, es ist immer so und es ist auch kein Filter bei Hertha, ich werde mir das mal raussuchen in den letzten Jahren, wie viele Tore wir nach der 90. bekommen haben. Und es war immer so, dass wir versucht haben, ein 1-0, ein 2-1, was auch immer zu halten. Wirklich, wir haben es immer versucht und du kriegst es einfach nicht gebacken als Hertha. Also es war natürlich dieses unangenehme Spiel, was wir uns schon gedacht haben gegen Mainz. Ich habe es immer wieder gesagt, Mainz ist so ein typisches Union Berlin, die machen aus deren Fähigkeiten mega viel. Die haben mega viele polyvalente Spieler, wie Favre sagen würde. Ja, die spielen Fußball, der für viele Top-Teams unangenehm ist, aber auch für uns. Hertha kann überhaupt, eben wir sind ja kein Top-Team, aber für uns auch. Wir können mit diesem Spielstil von Union und auch von Mainz null umgehen. Deswegen haben wir gegen Mainz jetzt auch, ich glaube, das siebte Spiel in Folge nicht gewinnen können, in Mainz sowieso schon ewig nicht. Es ist einfach ein Fußball, der uns überhaupt nicht liegt. Die verdichten das Zentrum unfassbar gut, sodass wir überhaupt keine Ideen bekommen. Und so war es auch wirklich so. Wir hatten die ersten 17 Minuten, gab es gar keinen Abschluss, war von beiden Mannschaften komplette Neutralisation. Es war einfach ein mega langweiliges Spiel für einen neutralen Beobachter. Dann gab es irgendwann mal den ersten Abschluss für Mainz, der auch völlig ungefährlich war. Ja, und dann ab der 20. sind wir immer mehr so ins Spiel gekommen. Da hatte ich auch noch einen Stromausfall hier während des Streams in der 25. Minute, sodass ich das Tor nicht mal gesehen habe. Aber es war mir scheißegal. Dann gab es das Tor, was Ejuke wirklich gut gemacht hat. Erst Platten hat Flanke schlecht verteidigt, ich glaube, von Bell. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Und dann zweite Flankensituation von Ejuke und Ejuke wirklich gegen zwei Mann. Es war nicht mal eine Flanke, das war fast schon so ein Chip-Ball. Und der, was mir schon öfter aufgefallen ist, es war mega dicht im Zentrum, auch auf den Außen. Sie haben uns mega gut verteidigt, die Mainzer. Sehr diszipliniert, sehr gut taktisch. Aber wer immer Platz hatte, war Tussar. Bloß Tussar ist halt, vielleicht haben sie es auch mit Absicht gemacht, Tussar ist halt kein Abschlussspieler. Tussar ist kein Spieler fürs letzte Drittel. Der hat halt nicht viel daraus machen können. Aber dann Ejuke mit einer fantastischen Chip-Flanke gegen zwei Mainzer, die auf ihn raufgegangen sind, um ihn zu verteidigen, damit er nicht ins Dribbling geht. Und Tussar halt völlig frei. Ich weiß nicht, ob Lee für ihn verantwortlich war, keine Ahnung. Tussar völlig frei, macht dann tatsächlich das 1 zu 0. Und danach hatten wir echt Übergewicht im Spiel. Wir haben auf einmal gut nach vorne gespielt, auf einmal lief es Ejuke nochmal mit einer sehr, sehr guten Chance. War sogar noch abgefälscht von dem Mainzer. Fantastisch gehalten von Zentner, muss man sagen. Und dann sind wir auch nicht unverdient mit 1 zu 0 in die Pause gegangen, muss man sagen. Es war ein komplett ausgeglichenes Spiel. Wir hatten 4 zu 3 Torschüsse aus unserer Sicht. Wir hatten 50-50 Ballbesitz, 50-50 Zweikampfquote, ungefähr gleich viel gespielte Pässe. War alles gleich viel, bloß wir hatten die klareren Torchancen und haben halt aus zwei klaren Torchancen ein Tor gemacht. Deswegen auch nicht unverdient zur Pause. Und dann kam die zweite Halbzeit. Und die zweite Halbzeit war wirklich katastrophal. Aber was man hier wirklich auch nochmal erwähnen muss, ist den Schiedsrichter. Der Schiedsrichter war wirklich, wirklich schlecht und hat seinen Teil dazu beigetragen, dass dieses Spiel so absolut unansehnlich war. Ja, dann kam die zweite Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit, dann hatten wir überhaupt keinen Spielfluss mehr. Also beide Mannschaften eigentlich nicht. Willenburg hatte das Spiel überhaupt nicht im Griff, muss man einfach so sagen. Dann gab es die 48. Minute, wo es diese Entscheidung gab, dass Plattenhardt eine gelbe Karte bekommt. Eigentlich in der Vorwärtsbewegung. Dann kommt Fernandes zu spät und er hat eine offene Sohle. Und jetzt könnt ihr mir alle sagen, alle Mainzer Fans, das ist Hertha-Brille oder so. Nee, ich versuche immer wirklich fair zu sein. Und auch aus der Sicht eines normalen Fußballers das zu bewerten. Plattenhardt spielt den Ball und hat dann natürlich, weil er den Ball gerade gespielt hat, eine offene Sohle. Fernandes kommt zu spät an den Ball und kriegt damit natürlich die volle Sohle ab. Was in der Zeitlupe absolut brutal aussieht, ist aber nicht der Fehler von Plattenhardt. Das war genauso, Mario hat es im Stream bei uns ganz gut beschrieben. Es ist genauso, wie wenn du zum Kopfball hochgehst, den Ball zuerst triffst und den anderen dann mit einer Kopfnuss am Schädel triffst. Da wird doch auch nicht auf gelb oder rot entschieden. Also für mich eine absolute Lächerlichkeit, dass erstens, ich würde da nicht mal gelb geben. Das war keine gezielte Aktion. Natürlich kann man auch, wenn es nicht Absicht ist, bei offener Sohle auf gelb entscheiden. Aber jetzt mal wirklich, Leute, alle, die mal Fußball gespielt haben, der spielt den Ball, kommt zuerst an den Ball und hat dadurch, dass er den Ball abspielt, eine offene Sohle. Was soll er mit seinem Fuß machen? Er muss sich ja abstützen, er kann ja nicht den Fuß wegmachen und selber umknicken. Er hat eine offene Sohle, weil er den Ball mit rechts spielt und der andere dazwischen spritzt, wie man immer so schön sagt. Und dann kommt er auf ihn ran. Wie kann man da gelb geben? Fand ich schon mal falsch. Und wie kann man da den VAR R einschalten wegen angeblicher Fehlentscheidung? Der war kurz davor, der Wildenburg, eine rote Karte dafür zu geben. Und das war absolut lächerlich, da noch zu sagen. Wir brauchen jetzt auch nicht immer sagen, ja, letzte Woche schon, wie kann sich der Schiedsrichter das nicht angucken? Ja, ist alles Quatsch, dass er sich das letzte Woche nicht angeguckt hat und es war eine absolute Fehlentscheidung. Das hat der DFB ja auch anerkannt. Aber da brauchen wir uns jetzt nicht drauf zu stützen. Das ist abgehakt. Der DFB hat zugegeben. Es ist natürlich ärgerlich. Natürlich kann man jetzt sagen, wird man immer benachteiligt. Aber absolut lächerlich, unabhängig von der letzten Woche, da als VAR zu sagen, ist eine glasklare Fehlentscheidung. Guck dir das mal an, ob es rot ist. Frag jeden Fußballer. In der ersten Halbzeit gab es noch eine Situation, die wurde, glaube ich, auch gecheckt. Kämpf gegen Onisivu ist für mich kein Elfmeter. Ist ein harter Zweikampf, aber ist für mich kein Elfmeter. Also wenn wir da Elfmeter verhalten, dann gibt es andauernd Elfmeter. Und dann hat Willenburg angefangen, wirklich gelbe Karten zu verteilen, als ob das Bonbons wären an Halloween. Was war denn da los? Luke Baggio, ein ganz normaler Zweikampf, kein taktisches Foul, kein hartes Foul, gelbe Karte. Und dann gab es für jeden Zweikampf eine gelbe Karte. Klar waren da auch taktische Fouls dabei, aber Willenburg hat den Spielfluss, der sowieso schon wenig gegeben war in diesem Spiel, aufgrund der Art und Weise, wie Mainz und Hertha Fußball gespielt haben, Willenburg hat den Fußball dann komplett zerstört für jeden Zuschauer. Weil dadurch, dass er für jede Aktion eine gelbe Karte gegeben hat, hat natürlich sowohl wir als Herthaner, also als Fans, als auch die Spieler, als auch die Mainzer natürlich, auch für jedes Foul eine gelbe Karte gefordert. Weil wenn du sagst, ey, das gibt einen Foul für Luke Baggio eine gelbe, dann musst du da eine gelbe geben, da eine gelbe. Eigentlich ein Wunder, dass hier keiner gelb-rot bekommen hat. Also wirklich absolut schwaches Spiel, völlig zerpfiffen, überhaupt kein Fingerspitzengefühl. Wo wir Glück hatten, ist, dass Marton keine gelb-rote bekommen hat, weil wenn Willenburg die ganze Zeit den gleichen Maßstab angesetzt hätte, dann hätte er die erste gelbe, hat er ihm ja gegeben für ein taktisches Foul, hätte er ihm beim zweiten Foul auch noch eine gelb-rote geben können. Wo wir auch Glück hatten, muss ich ehrlich sagen, ich sehe auch bei der Handregel leider nicht mehr durch, bei der Aktion von Cunjic, der für mich auch ganz schwach gespielt hat, da kannst du wahrscheinlich heutzutage Elfmeter geben. Ich meine, es war jetzt nicht wie bei Cosenu, aber bei Cosenu haben sie es ja zugegeben, dass es ein klarer Elfmeter war. Trotzdem ist sein Arm abgespreizt, ja, aus kurzer Distanz, aber weiß ich nicht, ob das, also, ich sehe wirklich nicht mehr durch. Ich verstehe es nicht mehr als Fußballfan, ich verstehe es einfach nicht mehr. Wahrscheinlich hätten wir uns für über den Elfmeter mega aufgeregt und es hätte ewig lange Diskussionen gegeben, vielleicht haben sie den Elfmeter deswegen auch nicht gepfiffen, keine Ahnung. Ich glaube aber, regeltechnisch hätte man sich nicht komplett beschweren dürfen über den Elfmeter. In der ersten Halbzeit war das für mich kein Elfmeter. Also da hatten wir für mich eindeutig Glück bei Cunjic. Später gab es nochmal eine Situation, die wurde leider nicht in der Wiederholung gezeigt, wo Congar für mich im Strafraum gefoult wurde. Würde ich gerne nochmal sehen in der Nahaufnahme. Es wurde dann auf Stürmerfoul entschieden. Das würde ich gerne nochmal sehen. Für mich war das Elfmeter, aber vorher hat es sich auch nicht eingeschaltet. Vielleicht habe ich es auch einfach falsch gesehen. Manchmal sieht man es ja erst in der Zeitlupe richtig. Ja, und dann haben die Mainzer einfach das Spiel gemacht. Wir haben nichts mehr nach vorne hingekriegt. Am Ende haben wir noch Darida eingewechselt, wir haben Richter eingewechselt, wir haben leider Luke Bakio rausgenommen. Iyuka hat nicht mehr performt, der war aber auch der Einzige nach vorne. Wir mussten Mitty bringen für Platte. Ich denke mal, dass er Mitty für Platte gebracht hat, weil er Angst hatte, dass beim nächsten Fall Marvin Plattenharten eine gelb-rote Karte kriegt, weil er halt haarscharf an der roten Karte vorbei war. War dann taktischer Natur. Und Martor musste dann noch rein für Kempf, der es für mich aber nicht schlecht gemacht hat und Kenny sowieso unterirdisch. Dann haben wir später noch Pekarik auf die Links-Innenverteidiger-Position in der Dreierkette gestellt und haben mit Mitty auf dem Flügel gespielt. Das habe ich gar nicht verstanden. Und haben dann am Ende wirklich noch auf Dreierkette umgestellt. Pekarik auf der linken Innenverteidiger-Position habe ich auch nicht ganz verstanden. Und dann kriegen wir wirklich wieder in der 94. Minute durch den Ersatz für Robin Hack, äh, Robin Hack für Hack noch das Gegentor. Und es war wieder so klar. Es war so klar, dann ausgerechnet noch irgendein Verteidiger, der eigentlich gar kein Stammspieler ist, macht in der 94. Minute das 1 zu 1, was wirklich an alle meins war. Es war nicht unverdient. Wahrscheinlich wäre sogar am Ende nicht mal ein Sieg für euch unverdient gewesen, weil wir in der zweiten Halbzeit einfach so gespielt haben, wie wir früher gespielt haben. Wir haben 1 zu 1 das gemacht, was wir in den letzten vier Jahren gemacht haben. Und wenn wir mal 1 zu 0 irgendwo auswärts führen, dann spielen wir nicht weiter Fußball, sondern wir mauern. Und dann kassieren wir halt als Strafe das Tor. Und wir lernen auch einfach nicht draus. Katzi oder Katschi, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, macht dann das 1 zu 1, was ein absoluter Fehler war von Marco Richter. Können wir später dann nochmal drauf kommen, wenn wir die Einzelnoten besprechen. Aber ich habe es wirklich, es steht mir bis hier. Ja, wir sind drei Spiele ungeschlagen, was gut ist. Ja, wir spielen völlig anderen Fußball diese Saison als letzte, aber heute haben wir es nicht gezeigt. Heute waren wir wieder ein Rückfall zur alten Hertha. Und natürlich kann sowas auch mal passieren. Und natürlich habe ich auch damit gerechnet, weil Hertha einfach gegen diese Art von Fußball nicht ankommt. Es ist gegen Union so gewesen, auch wenn es früher in der Saison war. Vielleicht hätten wir gegen Union heute auch 0-0 gespielt oder 1-1. Aber es ist einfach eine Art und Weise von Fußball, mit der man uns knacken kann. Und wenn das noch mehr Mannschaften erfahren, dann weiß ich auch nicht mehr. Es fällt mir einfach nichts mehr dazu ein. Also Schiedsrichter für mich, glatte 6. Wirklich katastrophal, genauso wie der VAR. Viel zu kleinlich und schwach gepfiffen. Ach Leute, es fühlt sich einfach an wie eine Niederlage. Es fühlt sich an wie eine Niederlage, nicht weil Mainz es nicht verdient hat, sondern weil es einfach so offensichtlich war. Wir saßen hier im Stream ab der 65. Minute und haben gesagt, ey, wir spielen seit 20 Minuten nur noch defensive. Ey, wollen wir jetzt vielleicht auch mal nach vorne spielen? Oder wollen wir jetzt ab der 45. Minute das 1-0 halten oder was? Und ja, genau das wollten wir. Wir wollten ab der 45. Minute das 1-0 halten und es ging mal wieder in der 94. in die Hose. Es war so klar. Es war so klar. Ich frage mich zwar, wo es da für 4 Minuten Nachspielzeit gibt. Ja gut, die VAR-Aktion vom Plattenhardt. Ich weiß nicht, ob man da 4 Minuten Nachspielzeit geben muss, aber es war wieder mal völlig klar. Kommen wir zu den Einzelnoten. Und ich muss mich jetzt beruhigen, dass ich jetzt nicht alles schlechter bewerte, nur weil wir dann noch 1-1 gespielt haben. Aber ich sage euch ehrlich, es wäre ein dreckiger und ein geiler Sieg gewesen, der mir echt wichtig gewesen wäre. Und wo man dann auch einfach hätte abhaken können und sagen, ist egal wie, wir haben 1-0 gewonnen. Ja, aber haben wir eben nicht. Und du brauchst das jetzt auch nicht schönreden. Ja, es ist Pech in der 94. Minute. Nein, es ist kein Pech. Es ist wieder Unaufmerksamkeit. Es ist keine Disziplin. Es ist wieder dieses ständige, ja, nur noch hinten rumspielen. Wenn wir das Spiel gewonnen hätten, ja, ich hätte es positiver gesehen, aber dann hätten wir es gewonnen. Es geht eben am Ende. Es ist Fußball ein Ergebnissport. Drei Euro ins Phrasenschwein. Und wir haben das Ergebnis halt einfach nicht geholt. Und ich sage euch trotzdem ehrlich, auch bei einem 1-0-Sieg hätte ich die Spieler alle nicht gut bewertet, weil ich fand das Spiel nicht gut. Da bewerte ich auch kein Gut. Hätte ich gesagt, ja, es war mega wichtig. Ich freue mich für die Spieler. Ey, zwei Auswärtssiege in Folge. Auch jetzt sind wir ja drei Spiele ungeschlagen. Aber trotzdem, es war einfach schlecht. Es war in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit schlecht. Es war dann in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit okay. Fast schon gut. Und in der zweiten Hälfte war es einfach nur gruselig anzuschauen. Ich meine, Mainz hat jetzt auch nicht filigran gespielt. Will ich ja gar nicht sagen. Aber das ist eben der Mainzer Fußball. Und da sind wir überhaupt nicht mehr gegen angekommen. Wir können uns ja mal die Statistiken angucken. Am Ende hatte Mainz elf Abschlüsse. Wir hatten vier. Vier Abschlüsse. Wir hatten in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Abschluss. Was ist das? Wenn ich auswärts spiele und 1-0 führe, dass ich keinen einzigen Torabschluss mehr hinkriege. Die Laufleistung können wir uns nicht beschweren. 114 Kilometer, fast 115. Die Mainzer mit 116,48. Gespielte Pässe 463. Der Mainzer 369 von uns. Angekommene Pässe bei beiden gruselig. Bei den Mainzern 67 Prozent. Bei uns 65 Prozent. Das ist wirklich eine gruselige Passquote. Ballbesitz. In der ersten Halbzeit 50-50 hat sich in der zweiten Halbzeit zur Mainzer Seite auf 56 Prozent verschoben. Also insgesamt. Das heißt, die hatten in der zweiten Halbzeit deutlich mehr als 60 Prozent. Zweikampfquote trotzdem ausgeglichen. Aber ganz ehrlich, wenn du die Statistiken anguckst und Hertha in der zweiten Halbzeit nicht einmal aufs Tor geschossen hat, die Mainzer elf Abschlüsse hatten, auch wenn die nicht gut waren, die Mainzer waren noch die spielbestimmende Mannschaft, dann ist ein 1-1 mindestens verdient. Und jetzt kommen wir zu den Noten. Christensen. Christensen zweimal wieder richtig gut rausgekommen. Muss man einfach so sagen. Er hatte jetzt kaum Aktionen, wo er als Parade richtig eingreifen musste. Also nicht so wie gegen Leverkusen, dass man sagt, boah, auf der Linie richtig krass. Aber zwei-, dreimal wieder richtig gut mitgespielt. Am Gegentor überhaupt keine Schuld. Ich fand, der war gut, außer fußballerisch. Da ist er für mich ein bisschen wie Thomas Kraft. Vielleicht lernt er das noch. Unter Andi Menger, unserem Top-Trainer vielleicht auch nicht. Aber im Tor war er gut. Kann man nichts anderes sagen. War aber auch nicht Perfektion. Alleine wegen dem Fußballerischen, wo man zwei-, dreimal seine Defizite gesehen hat. Deswegen eine befriedigende 3. Wenn er vielleicht zu 0 geblieben wäre, hätte ich vielleicht sogar 2,5 gesagt. Auch wenn es unfair ist, weil er kann ja nichts für das Gegentor. Aber trotzdem hat er sich am Ende so aufgeregt. Sogar noch einen Wutanfall bekommen, dass er eine gelbe Karte bekommen hat. Das habe ich leider nicht mehr gesehen. Aber naja, plattenhart. Schlecht war er nach hinten nicht. Er hat nach hinten nicht zugelassen. Nach vorne seine Flanken waren nicht gut. Er hatte ja vor dem 1-0 durch Toussaint selber eine Flankenposition, wo er eigentlich aus der Position deutlich mehr macht normalerweise. Es war nicht gut. Es war auch nicht schlecht. Ich würde ihm eine 3,5 geben. Weil gegen den Ball war es wirklich ordentlich. Kempf hat mir gut gefallen. Er hat viele Kopfballduelle gewonnen, viele Zweikämpfe gewonnen. Wie gesagt, diese eine kritische Elfmetersituation, was für mich absolut kein Elfmeter war. Du brauchst jetzt auch nicht bei jeder Körperbegründung pfeifen. Zumal ja Unisivo sowieso einer ist, der sehr gut und stark mit seinem Körper arbeitet. Das ist dann halt ein Geben und Nehmen. Das ist ein normaler Zweikampf. Da muss man keinen Elfmeter pfeifen. Für mich mit einem guten Spiel, muss ich ehrlich sagen. Man hat auch gemerkt, nachdem er draußen war, auch wenn es Marton nicht schlecht gemacht hat, dass er mittlerweile wirklich ein Stabilisator in der Innenverteidigung ist. Für mich wirklich auch in der ersten Halbzeit einer der Besten, auch wenn er jetzt nicht viele eröffnende Pässe gespielt hat, aber sehr viele gute Zweikämpfe gewonnen. Ich würde ihm eine 2,5 bis 3 geben. Und ihr wisst, ich bin ja nicht der große Kämpfer, aber Kempf hat sich echt stabilisiert. Ja, Uremovic. Ich weiß nicht so richtig, was ich von dem halten soll. Dieses ständige... Ey, da hätte der Schiedsrichter eigentlich noch viel öfter pfeifen können, wenn er kleinig gewesen wäre. Immer, wenn er Zweikampf führt gegen Unisivo zum Beispiel, der halt clever seinen Körper reinsteht, dieses ständige Umarmen, dieses ständige mit den Armen spielen, was soll das? Wundere dich doch nicht, wenn du dann einen Foul gegen dich gefiffen kriegst. Was ist denn das für eine Zweikampfführung? Musst du immer die Leute umarmen? Verstehe ich einfach nicht. Trotzdem hat er oft gut mit dem Kopf geklärt, auch oft gut zu Fuß geklärt, oft gut weggegrätscht. Trotzdem auch bei ihm wieder keine Spieleröffnung. Wenn er einen Ball hat, dann in Seiten aus, auf Sicherheit gehen, anstatt sogar mal zum Torwart zu spielen oder so. Also so eine richtige Sicherheit strahlt er für mich nicht aus. Auch in den ersten 15, 20 Minuten sah er für mich wieder wackelig aus. Neben Kempf. Also ich finde, er hat jetzt keinen groben Fehler gemacht, der zum Gegentor geführt hat, aber er strahlt auch keine Sicherheit aus. Deswegen für mich trotzdem eine ausreichende Note, aber keine gute Note, würde ich eine 4 geben. Ja und Kenny, also bei aller Liebe, Kenny, vielleicht ein paar gute Aktionen dabei gehabt, aber gruselig. Das war wieder der Kenny vom Anfang der Saison, wo ich gesagt habe, wenn er so weitermacht, spielt Pekarik wieder. Kenny für mich jedes Spiel besser geworden. Gegen Augsburg seine Bestleistung abgerufen, war für mich der beste Mann auf dem Platz, aber Kenny ganz gruselig. Keine Zweikämpfe gewonnen, kein Stellungsspiel, nach vorne nur Fehlpässe. Also für mich war Kenny wirklich fast mit Abstand, zumindest von der Startaufstellung, der schlechteste auf dem Feld. Vielleicht findet ihr das jetzt ein bisschen hart, aber war für mich eine 5,5. Ich habe da nichts Gutes gesehen, zumal Kenny, er ist nicht der Größte, aber durch sein schlechtes Stellungsspiel eigentlich das 1 zu 1 eingeläutet hat, weil er da, ja, wir waren eigentlich in der Überzahl bei dem langen Ball von Mainz und er geht da rein, wo schon drei Leute stehen, verliert das Kopfballduell oder kann den Ball nicht klären, einfach nur aufgrund schlechter Antizipation, schlechtes Kopfballspiel. Auf jeden Fall einen Bärenanteil am Gegentor, für mich eine 5,5 mit der schlechteste Mann auf dem Platz. Schunjic hat mir auch wieder gar nicht gefallen, also das ist ja eine Fehlpassmaschine, müsste ich mir jetzt nochmal genauer anschauen, um da wirklich wie eine Fußballzeitschrift vielleicht eine qualifizierte Antwort zu geben, was er für eine Note bekommen hat, aber gruselig, ey, ganz ehrlich. der hat ja gefühlt mehr Fehlpässe als angekommene Pässe und er ist ja nun mal der Mann, der nach der Defensive den Spielaufbau betreibt, für mich gruselig. Klar gab es auch ein paar gute Zweikämpfe von ihm, hat auch zwei, dreimal clever das Foul gezogen, aber für mich auch einer der schwächsten auf dem Platz, für mich eine glasklare 5, wo Etzios für mich, ja, in der ersten Halbzeit hat er mir eigentlich ganz gut gefallen, gerade in der Phase, wo wir ganz gut waren, so ab der 25. Minute, zweite Halbzeit kam dann auch gar nichts mehr von ihm, es kam nichts mehr, er hat nicht gut gegen den Ball gearbeitet, er hat zwei, dreimal noch gut, was er mal gut kann, sind diese Drehungen, wenn er den Ball gewinnt und dann an einem vorbei, dann muss der Gegner häufig das Foul ziehen, aber hat mir eigentlich gar nicht gefallen, muss ich sagen, also nicht viel besser als Junic, vielleicht eine 4,5 aufgrund der kleinen Phase, wo er ganz gut war, hat mir nicht gut gefallen. Toussaint hat mir eigentlich gut gefallen, beim Gegentor sah es ein bisschen so aus, als ob er schuld war, ich habe es mir gerade nochmal in Real Life reingezogen bei Desson, ich sage später, wer da den Fehler gemacht hat, das war nicht Toussaint, Toussaint hat mir eigentlich gut gefallen, wie gesagt, hatte oft Platz als Achter, hat wieder eine absolut kämpferische Leistung gebracht, hat mich fast gewundert, dass nachdem dann, nachdem dann unser Kapitän Plattenhardt ausgewechselt wurde, Olli die Kapitänsbinde bekommen hat und nicht Toussaint, der ja sonst mal der Ersatzkapitän war, war auch ein bisschen komisch, weil ich habe es Olli natürlich gegönnt, fand ich cool, dass er die Kapitänsbinde bekommen hat, aber dann kommt da Rieder und auf einmal kriegt der die Kapitänsbinde, habe ich irgendwie gar nicht gecheckt, was das sollte, hätte man auch Toussaint geben können oder einfach bei Christensen dann lassen können, selbst als da Rieder kam, ja, also Toussaint mit einem tollen Tor, mit super Laufleistung, super Einsatz, wieder super Zweikämpfe, trotzdem war es jetzt nicht sein bestes Spiel, wegen seines Tores und wegen seines Einsatzes würde ich ihm trotzdem eine bessere Note geben als den meisten, eine 2,5, aber ohne das Tor, sage ich auch ehrlich, wäre es vielleicht eine 3 oder eine 3,5. Luke Bakio heute eins seiner schwächeren Spiele, sehr, sehr unauffällig, ist aber auch nicht ins Spiel gekommen, ja, weil die Bälle aus der Defensive von Junjic, Boetius und auch Toussaint nicht richtig ankamen, zwei, drei gute Aktionen gehabt, aber wirklich viel kam da nicht, ist auch ein paar Mal ins Dribbling gegangen, hat viele Zweikämpfe verloren, aber so ist es halt, wenn du als 1 gegen 1 Spieler auf außen bist, kam mir aber zu wenig und wir sind halt mega abhängig, weil aus dem Zentrum, für mich ist Toussaint ein Sechser, ja, und von Boetius kommt zu wenig und für mich kommt aus dem Zentrum zu wenig, was die Flügel bedient, als auch was Kanga bedient, das heißt, es kommt entweder ein Ball von den Außenverteidigern in die Tiefe auf Luke Bakio und Ijuke oder die müssen ohne Tempo, also von 0 auf 100 ins 1 gegen 1, deswegen Luke Bakio schwach, aber auch dadurch bedingt, dass halt wenig Bälle da hinkamen, für mich eine 4 war ausreichend, aber mehr auch nicht, vielleicht kannst du ihm sogar eine 4,5 geben wie Boetius, gut fand ich es nicht, Ijuke, erste Halbzeit wirklich fantastisch, hat er am Ende die fantastische Vorarbeit geleistet, die alte Wühlmaus hat einen super Abschluss gehabt, ich hoffe, er kriegt irgendwann ein Tor, hat seinen zweiten Assist gemacht, in der zweiten Halbzeit komplett abgemeldet, aber auch völlig auf sich allein gestellt, es ist auch keiner mehr nachgerückt, er hat dann versucht, seine Wühlmaus-Aktion, seine Dribblings zu machen, aber es ist ja keiner mehr nachgerückt, und hat dann auch viele Bälle verloren, sodass er dann irgendwann auch ausgewechselt wurde, trotzdem für mich, Ijuke mit Tussar, der beste Mann auf dem Platz, kriegt von mir eine 2,5, ja und Kongar ist schwer, also Kongar hat in der ersten Halbzeit noch ein paar Kopfball-Duelle gewonnen, er hat kein Tor geschossen, er hat auch, ich weiß gar nicht, einen Abschluss hatte er, den hätte man auch besser aufs Tor bringen können, okay, er kriegt auch keine Bälle, muss man auch ehrlich sagen, vom Zentrum, Tussar ist für mich kein Achter, der spielt nicht den letzten Ball im letzten Drittel, Boetius kann es eigentlich, hat es aber wieder nicht gezeigt von Anfang an, also hat seiner guten Einwechslung jetzt mit einer Startelf auch nicht überzeugt, da wird wahrscheinlich dann wieder Serdar spielen, und von Luke Bakio und Ijuke kamen halt keine Flanken auf ihn, schwer, er bindet Gegenspieler auf sich, er ist robust vorne, aber was ich wirklich nicht verstehe, ein, zweimal hat er wirklich auch gut weitergeleitet mit dem Kopf, aber er hat irgendwie keine Sprungkraft, er musste gegen Stefan Bell ran, der ist 1,92, er musste gegen Leitsch ran, der ist 1,89 und gegen Wittmar auch 1,89, aber ey, der gewinnt mit zu wenig Kopfball-Duelle, er ist selber 1,89, wiegt 90 Kilo, hat so eine Statur, das wirkt wirklich so, und das hat einer ganz gut beschrieben im Stream, das wirkt wirklich so, als ob der einfach keine Sprungkraft hat, der hat einfach keine Sprungkraft, der springt immer nur so ein bisschen hoch, wie bei Selke, wo man es ja auch schon miniert hat, aber der hat ja auch noch einen Körper, der springt nicht hoch, ich kann immer nur dieses Beispiel von Cristiano Ronaldo sagen, jetzt nicht im Europa-League-Spiel, sondern in der Premier League wurde er eingewechselt, hat zwar kein Tor gemacht, aber wie der hoch springt, der ist gefühlt auf der Höhe von deiner Schulter, wenn der hoch springt und Kongar, wenn der hoch springt, ist der vielleicht ein Bierdeckel hoch, oder diese Packung hier, also jetzt überspitzt dargestellt, irgendwann muss du einen Stürmer auch mal an seinen Toren messen, auch wenn er keine Vorlagen kriegt, am Ende, ihr wisst, ich bin der größte Selke-Hater, aber am Ende stehen jetzt sieben Spiele, null Tore, aus den Chancen, die er hat, macht er keine Tore, er hatte wieder eine Chance, hat er kein Tor gemacht, klar, er arbeitet viel für die Mannschaft, er hat aber auch kein Assist, hätte vielleicht ein paar, wenn die Spieler es besser verwertet hätten, aber heute, es war auch wieder kein gutes Spiel und er gewinnt zu wenig Kopfballduelle für seine Größe und macht zu wenig fest, dann muss ich sagen, hat das ein Cordoba, der ja auch nicht ein absoluter Abschlussstürmer war, aber vorne als Alleinunterhalter besser gemacht, der hat Bälle besser behauptet, fand ich, ihr wisst, ich stand immer hinter Konga und heute hatten wir auch nicht wirklich eine Alternative, weil nur Selke auf der Bank, weil hätte man höchstens Jovetic springen können, keine Ahnung, wie fit der war, aber heute muss ich sagen, hat er mir nicht gut gefallen und da brauche ich jetzt nicht alles schönreden, war für mich auch eine 5, also ich habe da nichts Gutes gesehen, für mich war nur Kenny leider schwächer und die Einwechslung, Marton Dardai kam dann für Kämpf, der hat mir eigentlich gut gefallen, viele haben dann im Stream gesagt, setz mal deine Marton Dardai Brille ab, ich finde, der hat Zweikämpfe geführt, der hat gefühlt fast jeden Zweikampf gewonnen, also ich weiß, ich habe eine Marton Brille, sagen mir ja viele, weil ich den einfach feiere, als junger Spieler, auch mit wenig Spielpraxis, aber ich finde, heute hat der mega viele gute Zweikämpfe geführt, am Ende ist er zwei, dreimal drunter durchgesprungen, das fand ich auch nicht gut, aber er war jetzt auch nicht schlecht, ich würde ihm eine 3 bis 3,5 geben, tendenziell eher 3, also ein bisschen schwächer als Kämpf war er, das hat man gemerkt, da kam ein bisschen mehr, aber er war jetzt für mich trotzdem besser als Uremovic zum Beispiel, also ich finde, er hat gute Zweikämpfe auch in der Luft geleistet, auch wie gesagt, wenn er am Ende ein bisschen zu schwach war, Mitti hat mir nicht gut gefallen, also war ein Downgrade zu Platte, auch wenn er natürlich offensiver war und offensiv auch deutlich mehr versucht, hat, war es für mich kein gutes Spiel, aber war auch nicht absolut katastrophal, war eine 4, ja, dann kam Darida für Luke Bakio, Digga, beziehungsweise Richter kam für Luke Bakio und Darida für Boetius in der 72. Darida, wenigstens hat Schwarz erkannt als einer der wenigen Trainer, warum er nicht einwechselt, dieser eine Freistoß, Leute, dieser eine Freistoß, ja, wo ich schon dachte, was schießt denn in Darida, diese super tolle, clevere Idee, kurz zu spielen auf Kanger, was war denn das, natürlich kann man auch sagen, war ein Missverständnis, aber was ist denn das, und das war ein Beleg dafür, wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, ja, nach vorne, völlig ideenlos, völlig fahrlässig, genau wie letzte Saison, wir führen 1-0 und nach vorne spielen wir auf einmal so, ja, wir versuchen jetzt nochmal was, aber wir brauchen auch nichts Großversuchen, weil wir führen ja 1-0, genau das war das, wieso bringe ich einen Standard aus dem Halbfeld auf der linken Seite nicht lang in den Strafraum und stelle da noch ein paar große Jungens hin, warum, warum spiele ich so einen Standard, Darida, mit so einer Erfahrung, will jetzt nicht alles an Darida festmachen, trotzdem hat er bodenlos gespielt, wenn er am Ball war, einen guten Ball hat er gespielt, ansonsten war er wirklich katastrophal, für mich eine, also auf jeden Fall deutlich schlechter noch als Mitti, auch viel weniger ins Spiel eingebunden, obwohl er da genau in der Zentrale rumgelaufen ist, für mich eine 5, ganz ehrlich, Pekarik kann man nicht mehr bewerten und Richter leider sehr, sehr schlecht, von dem hat man sich viel erhofft, wie gesagt, ich würde Richter eher im Zentrum bringen, wir hätten Luke Bakio draußen behalten sollen, dann hätte Richter vielleicht nochmal einen Steckpass spielen können auf Luke Bakio oder Ijuke, nein, wir nehmen Luke Bakio und Boetius raus und bringen Richter und Darida habe ich nicht verstanden, warum Richter dann, der ist für mich kein Flügelspieler, auch wenn er die meisten Spiele da bestritten hat und der hat katastrophal gespielt und leider, ich habe ihn sehr gelobt die letzten Wochen, er war sehr gut, leider, leider ist Richter auch am Gegentor schuld, guckt es euch gerne nochmal im Real Life an, wir haben eigentlich eine Überzahlsituation, Kenny gewinnt das Kopfball-Duell nicht und warum haben wir am Ende eine Unterzahlsituation, wo der linke Innenverteidiger von Mainz mit dem Namen Katschi oder Kassi das Tor macht, weil das Markus Richters Mann ist und Marco Richter bleibt einfach stehen und dann am Ende sieht Tussar blöd aus, aber er sieht blöd aus, weil er zwei Gegenspieler gegen sich hat, warum? Weil Richter es in der 94. Minute nicht für nötig hält, seinen Mann zu nehmen und mit nach hinten zu rennen, worauf wartest du da auf dem Konter? Oder du lässt eine Überzahlsituation, natürlich hätten wir den Ball vorher klären können, aber du lässt eine Überzahlsituation in der 94. Minute, wo wir bisher alles wegverteidigt haben und ja anscheinend nach vorne auch nichts mehr gewollt haben, lässt du in der 94. Minute eine Überzahlsituation durch oder zu, das Tor geht ganz klar auf Richters Kappe. Könnt ihr mir jetzt schreiben, was ihr wollt? Also schreibt mir gerne eure Meinung rein, interessiert mich, ich werde heute auf jeden Kommentar, außer auf Hater-Kommentare, antworten, weil ich habe das Wochenende genug Zeit dafür, darauf zu antworten und bin angepisst genug dafür, aber guckt es euch gerne an, sagt mir, wer den Fehler gemacht hat. Für mich ist es absolut Marco Richter, darf nicht passieren, da muss er mit nach hinten gehen, also großen Anteil im Gegentor, deswegen für mich auch, wie Kenny, eine 5,5, hatte vorher auch nur einen Ball, den hat er Fehlpass gespielt, keine einzige gute Aktion von Richter in 20 Minuten, natürlich, wir haben auch nicht mehr nach vorne gespielt, das war dann auch schwer für die Außen und den Stürmer, aber das Tor geht auf ihn, ganz ehrlich und ich habe ja immer gesagt, Richter ist einer, der immer nach hinten rennt, hat er in dem Fall nicht gemacht. Ich muss leider für heute auch Sandro Schwarz eine schlechte Note geben, in der Halbzeit hat es einer gut geschrieben oder kurz nach der Halbzeit, wir hatten keine Struktur mehr nach vorne drin, das wäre prädestiniert, wir wissen nicht, wie fit er ist, aber warum ist er im Kader, wenn er nicht spielen kann, da musst du einen Boateng bringen, da bringe ich keinen Darida, da bringe ich einen Boateng, der hätte für das Offensivspiel nochmal Präsenz gezeigt, der hätte clevere Freistöße gezogen, der hätte die Bälle gut verteilt, den musst du da bringen und vielleicht musst du auch einen Jovitic springen für einen Kanga und ja, wir bringen Pekarik, um nochmal auf Dreierkette umzustellen und zu mauern, also leider habe ich für den Trainer auch keine gute Note bei den Wechseln, ich bin großer Sandro Schwarz Fan mittlerweile, aber ich komme, ich gebe keine Note für den Trainer, weil ich auch nicht weiß, was in der Kabine passiert, ich weiß nicht, wie fit alle sind, aber für mich die Wechselentscheidung heute deutlich schlechter, als er es sonst schon unter Beweis gestellt hat, falsche Leute eingewechselt, falsche Taktik gewählt, nur noch hinten mauern, klar kannst du so ein Spiel dreckig gewinnen, aber wir tun es ja nie, wir tun es ja nie und deswegen bin ich einfach mies abgefuckt und jetzt gehen wir in die Länderspielpause, die mich endlich auch mal interessiert, auch wenn ich eigentlich Länderspielpausen immer hasse, aber gehen wir in die Länderspielpause, die vielleicht interessant ist vor der WM, mit drei Spielen nicht verloren, aber Leute, ey, am Ende stehen wir wahrscheinlich wieder auf Platz 15 oder so, da war heute mehr drin, nicht weil, also Mainz hat den Punkt verdient, aber wieso haben wir wieder aufgehört Fußball zu spielen, wieso, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht und ich werde es nie verstehen, vielleicht mache ich mir die nächste Woche, wir haben ja eigentlich keine Paukenschläge mehr, ich habe genug Zeit, mir Videoideen auszudenken, vielleicht mache ich mir mal die Mühe und schaue mir mal die letzten drei Jahre alle Spiele an und schaue mal, wie oft wir ein Gegentor ab der 90. bekommen haben, was entscheidend war und wie oft wir ein Tor geschossen haben, ich glaube, die Mühe mache ich mir mal, ansonsten, wie gesagt, morgen Selbsthilfegruppe, ab 15 Uhr wird ein langer Streamer, ich bin satt heute, ich bin wirklich satt, fühlt sich an wie eine Niederlage, absolut und absolut verdient an Mainz, Glückwunsch an Mainz, aber es kotzt mich einfach nur an. Macht's gut, die Edelmänner, danke trotzdem für euren Support und ja, bis dann. Hau he. Hau he.